hallo leute hier der daniel von der grünen kutsche leute wir werden öfter mal nach unserem motto gefragt do not give up auf polnisch niepo da weiche gib nicht auf lass den kopf nicht hängen nach regen kommt immer auch wieder neue die sonne auf wie dazu gekommen ist das möchte ich euch mal ganz kurz erzählen ich damals für eine nachbarin von uns die hecke geschnitten und ich habe wenn ich dir geholfen habe nie geld irgendwie von ihr verlangt und als ich die kutsche parallel dazu am bauen war in dieser zeit bin ich irgendwann in einem in einem dekoladen gewesen habe ich dieses schild hier gesehen das sollte damals 29 euro 95 kosten und da war ich zu geizig für das stand der nachbarin fertig geholfen hat die von immer dann war christi hier kommen los und überhaupt deshalb weiße edeltraut ich habe mich in dieses schild da verliebt in diesen spruch in dieses motiv vielleicht könntest du uns dieses schild war sie häufig erwerben und mir dazu kommen lassen dann brauchte ich doch nie ein schlechtes gewiss zu haben dass ich so viel geld für so ein blechschild ausgegeben habe wir wollten ein motiv haben unter dem wir reisen was auf jeden passt und gib nicht auf lass den kopf nicht hängen nach schwierigen zeiten kommen auch wieder bessere das passt auf jeden dieses motiv zeit und zeit anfangen seit dem ersten tag unserer reise und hat auf eine sehr positive art und weise reint sich sogar und vor ungefähr fünf jahren und sehr gute freunde vier t-shirts an fertigen lassen mit diesem motiv drauf damals hat gerade kobe begonnen und wenn wir diese t-shirts an hatten mit diesem label do not give up sind damit einkaufen oder die stadt gegangen dann hat immer einen sehr sehr positiven einfluss auf unser umfeld gab die leute haben gelesen angedacht mensch stimmt lasst uns hier mal ein bisschen cooler bleiben so schlimm wie es aussieht kann nicht werden so heiß wie gekocht wird meistens nicht gegessen und seitdem haben wir angefangen selbst diese t-shirts in handarbeit zu produzieren aber nicht wie man jetzt vermuten könnte im rahmen von business sondern dieses t-shirt ist nicht käuflich erwerbbar und jetzt am kommenden wochenende am sonntag zwischen 19 und 20 uhr machen wir ein live stream da werden wir noch mal drei dieser t-shirts die wir selbst angefertigt haben verlosen und zwar an alle die leute die uns bis zu dem date quasi jetzt am wochenende mit einer paypal spende unterstützt haben dazu laden wir euch recht herzlich ein jeder der möchte einfach gerne an dem live stream teilnehmen und wer jetzt auch noch spenden möchte ist ja selbstverständlich dass er auch noch mit einfach so von uns kleines dankeschön mit einer sache die du halt nicht käuflich erwerben kannst die in handarbeit von uns gemacht wird sehr limitiert ist und einen sehr 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 tollen positiven effekt auf dich und dein umfeld haben in diesem sinne gott gewinne herzlich willkommen nächsten sonntag zum live stream sowohl auf tik tok als auch auf youtube beide communitys bedienbar diesmal mit dem live ihr könnt dabei sein